Hi Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder mit koreanischen Süßigkeiten, Leute. Warum heute mal wieder? Wir haben noch nie koreanische Süßigkeiten gegessen, mein Schatz. Ja. Das war doof. Hallo. Herzlich willkommen. Das war doof. Wieder einmal. Das ist dick und das ist doof. Du bist dick und ich bin doof. Ja. Ich kann abnehmen, aber was machst du? Hehehehehe. Hehehehehe. Da bin ich dick und du bist doof. Fliegt am Strand und ein Nuschel. Eine Nuschel. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute in diesem Video essen wir verrückte Sachen. Als allererstes koreanische Süßigkeiten. Keiner Mensch weiß, dass koreanische Süßigkeiten. Als zweites essen wir japanische Süßigkeiten. Ich hoffe, ich glaube es ist kein Sushi. Keine Leute oder sowas. Lecker. Essen wir Eis. Nach der Zukunft probieren wir Insekten-Snacks. Kannst du mal aufhören? Okay, bevor ich aufhöre, muss ich noch sagen, dass wir dann noch ausprobieren, was das sauerste Bonhomme der Welt ist. Wir haben mal das Internet geguckt und haben zwei Aspiranten gefunden für das sauerste Bonhomme der Welt. Wir werden beide mal testen, ob sie überhaupt wirklich sauer sind. Und wenn sie sauer sind, welches das sauerste der beiden ist. Blatt dran. Nicht abschalten. Bis dann. Peace. Nein, warte, aber am besten sagen wir dann nachher. Am Ende bleibt natürlich bitte... Hallo. Drück auf jeden Fall auf Abonnieren und kanale diesen Like. Kanale diesen Like? Kanale diesen Like. Nein. Doch. Wir machen einen Like an diesem Kanal. Oh nein, 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 Luki, äh Luki. Luki, oh Luki. Kanale diesen Like. Kanale diesen Like. Vorsicht bitte. Und abonniere diesen Drück. Nein. Glocke diesen Drück. Damit du benachrichtigst wirst, wenn weiterer Quatsch im Fernsehen kommt. Nein, im Internet. Nein, im Tic-Tocke-Tacke. Tic-Tic-Ticke. So. Nun siehst du, wie man Jiu-Jitsu macht. Man nimmt sein Bein, schlägt es hier rüber, hält den Menschen fest und drückt auf. Stopp.